Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Marktupdate von IG. Die Schweizer Notenbank, SNB, hat mit der Aufhebung des vor mehr als drei Jahren festgelegten Mindestkurses von 1,20 Schweizer Franken je Euro die Finanzmärkte in Aufruhr gebracht. Innerhalb von Minuten gab es an den Aktien, Devisen und Rohstoffmärkten deutliche Preisreaktionen. Der heutige Handelstag begann zunächst mit deutlichen Kurssteigerungen. Viele Marktteilnehmer nutzten den gestrigen Rücksetzer zum Einstieg. Doch dann überraschten die eidgenössischen Währungshüter mit der eingangs erwähnten Entscheidung die Marktteilnehmer. Binnen Minuten sackte der deutsche Leitindex ab und fiel wie ein Stein bis unter die Marke bei 9600 Punkten. So zügig wie es gen Süden ging, so schnell erholten sich die Notierungen auf dem Frankfurter Börsenparkett auch wieder. Im späten Handel konnte auf Internetbasis erneut das Level bei 10.000 Zählern überwunden werden. Einer der Verlierer des heutigen Tages ist der Euro gegenüber dem US-Dollar. Das Währungspaar wurde wahrhaftig auf dem falschen Fuß erwischt. Die Entscheidung der Schweizer Notenbank kam vollkommen überraschend. Zeitweise ging es unter dem Preisbereich bei 1,16. Zur Stunde erholen sich die Notierungen ein wenig. Dennoch dürfen die Marktteilnehmer an den Devisenmärkten das heutige Kursgeschehen nicht so schnell vergessen. Profitär des derzeitigen Desasters beim Euro-S-Dollar ist der Goldpreis. Gleichzeitig mit der Kursimplosion bei der europäischen Gemeinschaftswährung ist der Preis des gelben Edenmetalls im Umkehrschluss förmlich explodiert. Zur Stunde kämpft der DAX zum wiederholten Mal mit der Marke bei 10.000 Zählern. Trotz einer momentanen Gegenwehr notiert der Euro-S-Dollar mit 1,1638 weiterhin deutlich im Minus. Der Goldpreis liegt aktuell um mehr als 2% auf 1.259 US-Dollar je Feinunze zu. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG. We'll see you next time. Vielen Dank.